Null Nummer beim Spiel Sandhausen gegen den FC Kasselslautern. Also ich glaube, das was man am positivsten sagen kann ist, bei beiden Mannschaften hat die Null gehalten, die Abwehr hat funktioniert, aber für den Zuschauer natürlich gar nicht gut und vor allem auch nicht unterhaltsam. Torschussmäßig war okay, es waren viele schwache Abschlüsse dabei, aber auch ein paar starke und beide Torhüter haben zum Teil glänzend pariert, deswegen würde ich sagen, passt die Überschrift starke Paraden und schwache Abschlüsse sehr, sehr gut. Und bei Besitz technisch auch sehr ausgeglichen, war auch allgemein wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Sandhausen ist ja in so einer kleinen Krise drin, hatten ja am Anfang sehr, sehr gut losgelegt und haben jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen, drei davon verloren. Und Kasselslautern geht jetzt auf Platz sechs hoch, ist stark, finde ich, als Aufsteiger und Sandhausen rutscht jetzt wieder so ein bisschen ab. Aber ja, Sandhausen ist ja allgemein immer so ein Team, was gegen den Abstieg kämpft und deswegen müssen wir gucken, wie es sich entwickelt. Und ich glaube aber auch, dass Ken Zombie seine Sandhäuser nicht so schnell absteigen lässt, aber trotzdem bitter. Und vor allem, dass man hier nur 0-0 gespielt hat und ich glaube, Kasselslautern ärgert es umso mehr, weil sie weiter oben dranbleiben wollen. Die Saison ist noch jung, aber man muss natürlich regelmäßig viele Punkte sammeln. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.